Bringt mir all eure Jungen, meine lieben Untertanen und... Ich fasse sie zum Abendbrot. Oh, Russland, mein Vaterland, deine Wege stauben unter mir. Stecken denn Wirbelwinde in euren Händen? Die Partei unter der Führung des Genossen Josef Stalin ist fest entschlossen, die Errungenschaften des Sozialismus mit allen Mitteln zu verteidigen. Genia, Genia, sag meiner Frau Bescheid! Was geht hier vor, Professor? Ich weiß nicht, aber die werden sicher wissen, was sie tun. Stalin plant die physische Eliminierung der fähigsten und besten Köpfe der Partei. Sie haben dich als Jelfofs potenziellen Mitverschwörer bezeichnet. Gott, das ergibt doch alles keinen Sinn. Hör auf damit! Wir müssen uns jetzt um unsere Haut kümmern. Wieso tust du mir das an? Wieso mir? Du bist Professor. Du beeinflusst das Bewusstsein. Ich habe Angst. Unschuldige Menschen werden in diesem Land nicht verhaftet. Eugenia Ginzburg, der Mitgliedschaft in einer trotzkistischen, terroristischen, kontrarevolutionären Gruppe für schuldig... ...hatte zehn Jahre gesagt. Ich werde leben. Sie können nur arbeiten, wenn Sie gesund sind. Darf ich? Wie gefällt Ihnen das Bäume fällen? Das war schon immer mein Lebenstraum. Ich habe berechtigte Hoffnung, Sie da rauszuholen. Hören Sie auf, mir helfen zu wollen. Ich erwarte von niemandem Hilfe. Ich wäre am liebsten tot. In diesem Leben ist das Sterben nicht schwer. An das Leben zu glauben ist schwerer. Aber das Kätzchen sagte immer nur... Das wird schon wieder. Du, mein Leben, träumte ich dich bloß. Warst wie ein Ritt im frischen Frühlingsmorgen. Du bist wunderschön. Warst wie ein Flug auf einem rosa Ross. Wir drinnen uns gar nicht voneinander. Denn das ist unmöglich. Ja.